SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner ist strikt gegen das für Anfang August angekündigte Ende der Corona-Quarantäne. Die Regierung habe hier eine rein politische Entscheidung ohne Fakten und Evidenz getroffen. Das sei ein verantwortungsloses Vorgehen, befindet Rendi-Wagner im Vorfeld des Sommerministerrats. Die Grünen hätten auf ganzer Linie enttäuscht und der ÖVP wieder einmal nachgegeben. Deshalb ist für die SPÖ-Chefin die gesamte Regierung rücktrittsreif. Die Regierung habe Expertenmeinungen ignoriert und gehe sehenden Auges ein großes Risiko ein auf Kosten der Gesundheit der Menschen in Österreich, kritisiert Rendi-Wagner. Mit dem Quarantäne aus würden praktisch alle Schutzmaßnahmen aufgehoben und damit die Pandemie für beendet erklärt. Damit gibt es erstens keinen Impffortschritt, zweitens keine Maßnahmen zum Schutz vor Ausbreitung wie Masken oder eine Quarantäne, drittens steigende Zahlen und viertens erhöhte Reisetätigkeit mit dem Risiko neuer Varianten. Rendi-Wagner sieht im Quarantäne aus ein völlig falsches Signal an die Bevölkerung. Zu einem Zeitpunkt, an dem Infektionszahlen rasant steigen und durch erhöhte Reisetätigkeit auch neue Varianten nach Europa unterwegs seien. Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Die Regierung hat die Aufgabe, Verantwortung zu übernehmen. Die Regierung hat die Aufgabe, Verantwortung zu übernehmen.